Wo bin ich denn? Wer ist die Weihnachtsmütze? Ah! Ich bin die Weihnachtsmütze! Wuh! Willkommen zur Wein-Partie! Ja jetzt labert mir halt alle rein, ihr Wichser! Ja jetzt mach doch mal! Alter, leck mich doch! Das Spiel läuft schon seit 10 Stunden! Ja! Ja und ich bin dran, toll! So, was mach ich denn hier? Ja, wir haben Purple hier mal... Er ist denn der blaue? Penis! Ja, das Penis, toll! Ah ja! Na na! Oh! Ah, ah! Warte, warte, warte! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Lass meinen Penis in Ruhe! Ähm... Wir können uns sanft dahin befördern! Gut, dann stell dich hier mal unser neues Projekt vor! Hier, wir spielen Worms, wie man ja sieht! Alle vier so! Mit dabei Kai, der gerade etwas fliegt! Äh, Purple, der ein bisschen hüpft! Ja, go game of dich! Ich bin tot! Ja! Mal wieder voll verpeilt hier! Durch so'n Zug! Oha! Oha! Oh yeah! Oho! 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 Ich stehe ja genau richtig! Was für'n Farbe bin ich denn? Oh nee! Bin ich grün oder orange? Ich seh' das doch nicht! Grün! Oho! Oho! So! Kampflos, spring einfach drüber! Ich bin an der Reihe! Oh! Deswegen sag' ich ja! Nicht Ebola! Ebola ist gefährlich! Ah, wie spring ich! So spring ich! So spring ich! Oh, das hab' man gar nicht gehört! Oh, schön vergiftet! Sehr gut! Geh zu Purple! Mach Purple kaputt! Was? Ich bin ne Rote! Hab' ich mir selber Scheiden gemacht? Nein! Gut! Wie ich einfach schon so total wenig habe! Und damit gibt's hier keinen Farblinden-Modus! Nein! Das sind Würmer, die haben keine Farbe! Weiß doch auch gar nichts! Ich hab' festgestellt, dass mein Gumblings-Android-Spiel sogar einen Farblinden-Modus hat! Cool! Der Jack Sparrow! Der kriegt... Baseballschläger in Richtung Purple's Mudder! Das heißt immer noch Captain Jack Sparrow, ja? Ja, toll! Ganz kreativ hier! Mich kopieren, ja! Was? Hey! Windgänger! 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 Nein! Nee! Das war gefahren! Trotzdem lang nicht so viel Scheiben, wie das, was Purple gerade an mir hat. Beim Elektron-Spiel sind sie jetzt durchaus... So! Penis! Indiana Jones! Come on, PS do it! Oh yeah! Hey! Oh Gott! Wie die würden sich aneinander reiben! Oh mein Gott! Und die hat ein Nigger... Er hält Niggerchen! So! Und das ist ja... Das ist ja... Aua! Nein! Du Arschloch! Ja, das macht dir... Kein Schachne! Doch, ein bisschen Schachne macht's! Oh, du bist... Oh! Sonnes... Meine Mutter steht da oben ganz gut! Ja, toll! Alle auf mich! Das geht bestimmt jetzt wieder auf... Auf Ebola! Wer ist denn der Power da? Nein! Ebola! Jetzt komm schon! Ebola, es wird Zeit nach Hause zu gehen! Ab zu Fluss, Mutter! Ab zu Fluss, Mutter! Ja! Nee, ich schick dich jetzt zu Fluss, Mutter! Nein! Bitte überall hin, aber nicht zu Fluss, Mutter! Ja, viel Spaß mit der! Jeee! Oha! Was Schlimmeres gibt es ja gar nicht! Oh Gott, welche Mutter ist jetzt dran im Moment? Oh, meine Mutter ist dran! Oh! Purples Mutter ist dran! Hoho! Dann gehen wir mal Purples suchen! Ja, auf die Mine! Nein! Sehr gut! Ich habe aber nicht gesehen, dass da die Mine ist! Ey! Muss mal aufstehen! Für dich haben die Minen alle... Also eine Farbe, oder? Die sind nicht in zwei Farben, oder? Nee! Wieso haben die zwei Farben? Ja, die ist unten grün und der... äh... Ding ist rot! Nein! Dem sieht's braun aus, wie der Untergrund! Das ist völlig praktisch! Ja, warum hat der rum so ne komische Farbe? Ich nehme einfach ne Bazooka und dann geht dieses... äh... Flüssigkeit da... Und dann... Nebulat! Ja, dann geht lieber auf die Mine! Körpel, dann Mutter geht's nicht so gut, ne? Nee! Lass meine Mutter in Ruhe! Oh! Floß Mutter! Lass Floß Mutter in Ruhe! Nein! Und jetzt wehrt hast du! Los! Nein! Das ist meine Mutter in Ruhe! Oder... Auf Schicksal! Du Schwein! Mama! Oh, das hat sich schon getötet, das tötet ihn jetzt auch! Oh Mann ey! Boah! Flo einfach gerade Erste ist! Das geht mal gar nicht! Jaa... Jaa... Willst du ne Hiroshima Bombe oder sagen? Wer ist das Putin? Hiroshima Bombe ey! Was ist das nicht meine? Ich... äh... Fahne, mit der erweißen. Ja, die ist ganz gefällig. Hey, die ist richtig krass, hey. Da kommt dieser Tuch, der die Granate wirft. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hoffe, ihr sterbt alle einen Tripper. Wieso hast du uns? Du bist doch selber so im Grunde. Ja, ein Tripper spielt dich mit. Jack Sparrow. Rettet die Welt. Oh ja, bitte, da eine Granate rein. Bitte. Ja, aber ich konnte mich meine Mutter umbringen. Und? Dafür stirbt Putin. Der Mutter hat nur mit Vorschaden. Wörpel, das war Putin, dass er die Granate nicht zurückgeworfen hat. Wie geht das überhaupt drüber? Einfach die Granate rein. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Sparrow beinah bekommen habt. Nein, nein! Dieser Fallschaden immer, ey. Wie schlecht. Ich wollte jetzt schön Schlaf reinschmeißen. Komm, komm wieder eine Mutter. Moment. Die Hälfte ist nur auf 50 gestellt worden. Scheiße. Obere Mutter. Jetzt kommt Schnauzersmutter. Schnauzersmutter. Nee, Sonnesmutter. Nee, Sonnesmutter ist dran. Wuuu, Mama! Ich muss auch sehr bewunden, wie schön ihr Schnauzer geschrieben ist. Ja, ja. War mit Absicht schnauzar. Komm, geh weiter nach links, was? Ich höre sie sehr geehrt wieder. Nee, nimm nicht die. Es gibt ne bessere. Nimm die andere. Nimm den Baseballschläger. Die Gru... Die Gru... Oh, das so. Das ist auch gut. Oh, Mann. Das ist mir schon zweimal passiert. Oder? Ja. Boah, hättet vorher die Hunde sehen sollen. Die war so genial. Ich hab's alle weggemacht. So, jetzt. Bitte Flo, scheiß auf den Bubba Smith. Oder schmeiß den Gandalf noch dazu. Doch, schmeiß Gandalf dazu. Nimm Ninja Seike rüber und schmeiß Gandalf dazu. Nein. Doch. Nein. Doch. Und dann will ich ne Holy da drin. Ah, den Schaf hat er ja schon verkackt. Da ist er noch nicht verfügbar. Do something. Jetzt schmeißt ne Granate rein. Oder schmeißt Gandalf rein. Komm schon. Oder schmeißt dich selber rein. No. Da ist Gandalf in Ruhe. Na? 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 Oh, nice. Oh! Was war das denn? Wow! Wow! Was war das denn? Wow, war das denn? Nein! Jack Sparrow! Nicht Putin! Purples Mutter hatte was mit Putin? Nein! Als nächstes ist Ebola dran! Daraus ist Purple entstanden, ja. Jetzt ist doch mal gut hier. Ja, das passt doch. Wenn deine Mutter immer blau war und dann Putin in der Rote, dann steht Purple draus. Ja, ja. Ja, ja. Ich möchte mal wissen, was dieses Ding ist. Stell ich daneben. Die Folge nennt sich dann Purple-Stammbaum. Du musst rüberlaufen und kannst das... Siehst du das nicht? Das geht eh nicht hoch. Alter, das ist deine eigene Meinung. Boah! Aber wäre da drin gelandet, das wäre noch besser gewesen. Das hat richtig weh getan, ne? Ah, serie... Das sage ich... Oh Gott! Oh Gott. Schmeißen, der Gyn인데 Cypher unter! Nee, einfach unter dem Steve Guttenberg wegschießen. Bazooka. Ein Schlagginer. Nee, er püft einfach nur den Granat runter. Ähm, was nehmen wir denn? Was haben wir denn da unten? Hm, nee, das ist doof. Hm, solltet er nehmen? Ja, komm. Suchen wir das coole Zeug aus, ne? Nein! Nein, Gatterfg, geh aus dem Weg! Papa kann nach Hause gehen. Ah, Ebola lebt noch. Alter, jetzt bin ich schlechtest da hier. Ich bin dir gar nicht. Ja, das passt doch. Ja, Purple ist sowieso noch besser. Ach. Jetzt stehen die so scheiße in den Neu... Oh, oh. Oh, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Jetzt kommt schon aus dem Modell. Wehe du fest, mein Penis. Alter. Ah doch, ne? Da willst du mit Schafen verschwenden? Nein! Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ich wollte tiefer. Tiefer. Tiefer zur Penis. Du weißt du es übrigens, ne? Ich weiß. Der hätte sein können. Naja, weh. Du hast meinen Penis getötet. Ich würde besser als Penis. Er hat deinen Penis zerfleischt. Nein. Tausend Stücke gesprengt mit einem Schaf. Nein. Wer ist jetzt dran? Da hinten versteckt sich der Pisser. Naja. Das macht er jedes Mal. Er versteckt sich in irgendeiner Ecke. Und stirbt dann sowieso, weil er da unfähig ist und Jamfax gewinnt. Komm, werf mal über die ganze Länge eine Granate. Irgendwo wird schon drin landen. Ja, im Wasser. Wo ist eigentlich dieser Helm? Der Fallschirm. Der ist rechts oben. Diese weiße Flagge. Das ist die Mega-Powerbombe. Ja, rechts unten. Die weiße Flagge. Damit tötest du alle auf einmal. Ignorier dich, das ist aufgeben. Das ist ein Schreibfehler. Das heißt eigentlich aufmischen. Ja, das bedeutet, dass die anderen aufgeben. Ja, ja, genau. Hey! Was soll das denn? Oh, oh, oh. Kann bitte jemand deine Holy reinschmeißen? Oder eine Bande an. Das ist überhaupt verfügbar, oder? Schaap. Holy in der Runde. In einer Runde? Ach gut, meine ganzen Leute stehen. Nein, vergeben es nicht. Das wäre nicht gut. Ich muss erst mal gucken, dass ich in meinem Zug überhaupt irgendwo hinkomme. Also ganz schön. Du weißt den Zug? Ja. Als Marz gehen. Ja. Oder ist er auf Entspressen? Mutter ist das? Schnauze ist mal rein. Schnauze ist mal rein. Nein, lass Schnauze ist mal rein. Ich sag's dir, deine Mutter steht unten rechts. Die verkloppt dich. Boah, nein. Boah, ich... Deine Mutter, die kommt und klatscht dir eine. Klacks dir. Na, hart. So. Dann bitte jemand purple da unten. Was habt ihr alle mit mir? Letzte Runde auch schon. Ja, der Jones sich eh wieder selber tötet. So, jetzt können wir nicht entscheiden. Sonnes oder Schnauze? Sonne oder Schnauze? Schnauze. Ich weiß nicht. Ja, komm, ich hasse ja Sonnesmutter, also... Nein. Die vertraut uns, ja? Da haben wir schon ein Fettel unterschrieben. Ja, guck mal, ich... Ich lass meine Oma auf dich los. Der Opa! Meine Oma kümmert sich jetzt um Sonnesmutter. Achso. Oh, das war... Nein! Ja! Schneller, Oma! Ja! Nein, die Oma. Nicht so langsam. Ach, deswegen ist es wahrscheinlich die Oma. Die ist ja auch normal. Die geht nicht ab, wie es für die Gonzalez. I see what you did. Können wir mal aufhören, auf Maße so stark zu gehen, sondern eher Fluch? Ach, ne, du, ich opfer mich jetzt. Ich stehe zwischen zwei Grünen, aber ich so will nicht gehen. Bitte, ne Holy, bitte. Ja, klar. Weh, du verkackst die. Alter, ey. Guck mal, Gandalf können sich rein theoretisch wegzaubern und im Pott reißen und nicht geschwindig. Aber mit Tap... Das reicht nicht. Noo! Also, besser hätte ich es nicht planen können. Excellent. Boah, die hat... Du hast Putin getötet. Ne, nicht Putin. Ne, ich bin auch noch maler Fucker. Wie geil ist das denn? Er hat sich selber und Putin getötet und meine beiden Leben. Ne, Ebola, Ebola, Putin. Ja, bei deiner habe ich ordentliche Geschwinkt hier. Geschwinkt? Ja, man. Sobald ich hier in Amerika... In Amerika? Marika... Marika... Ja, komm, Flo, dahin, macht eh nichts. Schellenzweißdruck. So, schneller! Ja, wo... So weit wirst du doch noch ne Holy werfen können. Du bist so dumm zu wüpfen. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, da kommt er aber selber nicht mehr raus. Naja. Nein. Du hast Putin getötet. Jawoll! Nein, er hat er übernehmen. Putin wird leben. Nein, wird er nicht. Oh, ich bin wieder der Bester. Ach, Gandalf lebt noch. Gandalf lebt noch. Putin wird leben. Du musst doch nicht mehr raus. Das Gandalf zu fett oder was? Ach, schade. Jetzt spring da rüber, ja, das schaffst du locker. Einfacher Sprung. Oh, holst du Flo? Oh ja, würde ich auch machen. Ne, der schmeißt jetzt was von oben drauf. Stimmt, Bananenbombe oder so, der Penner. Das wäre es jetzt. Ne, einfach ein Besucher. Ach man, ey, du bist langweilig. Ich hätte jetzt wenigstens eine Bananenbombe erwartet. Langweilig. Oh, nice. Skandal. Nice. Oh, fliegt ihr Narren. Oh. Der gefährlichste ist ausgelöst. Ja. Indiana Jones. Es ist Zeit für Indiana Jones. Oh yeah. Nicht Schnauzers Mutter. Jetzt können wir nicht entscheiden. Sonnens. Sonnens Mutter muss sie gerade schon leiden. Oh, oh, oh. Jetzt kommt hier Pro-Move des Jahrtausends. Pass auf. Pass auf, jetzt kommt Pro-Move des Jahrtausends. Oh, ein bisschen tiefer. Bingo! Loser! Und damit nicht mehr letzter. Ich meine nächste Wunder, Flo. Aber weißt du was? Was du als nächstes dran ist? Das ist doch nis Mutter. Ja, aber du hast keine Skills oder sowas. Bananenbombe, Bananenbombe. Amado. Bananenbombe. Auf sich selber, los. Nein! Jawoll! Oh, fast wäre Flo da unten noch. Oh Gott, ich habe 82 Schaden gemacht. Nein. Ah, der lebt noch? Oh. Füffel hin. Ja. Wow. Oh nein. Oh. Kamputin verrecht eh von alleine. Oh, ist ja schon Sun Death. Haben wir, gell? Das ist ja um noch unter 150er zu sitzen. Hör mal scheiße. Hey! Geht's nicht hin. Warum auf mich? Zu schnell. Geht dagegen. Achso, Flo, du musst noch einiges nehmen. Bin ich dran? Ich verreicht. Nein, gerade geht nie so mein Ding. Aber wir sehen. Ich glaube, Putin kannst dich mehr retten. Smiley ist drin. Okay, doch. Komm, spring nach links. Komm, bitte. Oh Mann. Oh ja. Ja, ja, mach ihn, mach ihn. Oh, ist ja gut. Ja, ja. Nein. Aber keine Drachenfaust, ne? Willst du denn so ein Goku-Faust oder so? Die ist nicht ganz so weit wie die Baseballschläger? Ne, aber das ist berghoch. Oh, ganz hoch. Oh, das ist auch gut. Ja, ja. Nice. Oh, ja. Nein. Ja, Sudden Death, das stimmt. Aber der ist nicht dran, der ist nicht. Und Floß würden wir sterben, beide. Der ist denn jetzt dran? Ich werde überleben. Ja, Floß würden wir sterben, beide. Nein, ich werde dich überleben. Du sowieso nicht. Bitte nicht Sonnesmutter. Doch, Sonnesmutter kriegt jetzt ein Bazook an die Fresse. Gefällt mir. Das ist so gemein. Oder? Deswegen stirbt deine Mutter auch immer als erstes. Heilige Krampfgranate. Ja, hau rein hier. Die muss ich mir für Sonne aufnehmen. Die Heilige für 5 AP. Ne, ich erschieße dich einfach wie ein räuliger Hund. Daneben, bitte. Der Schwarzschwein. Und nochmal. Ey, ich wollte mich ganz selber hoch sprengen. Dass mir noch etwas würde. Niemals. Und tschüss. Na, Flo, wie schmeckt das Wasser? Das ist der Kugel gewesen. Hätte ich den richtig getötet, dann wäre er auch weg gewesen. Aber Flo macht jetzt Jetpack fertig. Dann ist Putin tot. Wer ist da runtergeflogen? In der Kiste. Los, ich mache jetzt Kugel tot. Verkackes, Flo. Ja, bitte. Das ist eine sehr gute Position, Flo. Muss ich schon sagen. Ja. Und willst du da wieder wegkommen? Gar nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na, was wird passieren? Putin hat noch ein Leben danach. Da kommt die Rache, das Putin. Der Hund, ey. Aber Putin ist jetzt auch dran. Oh, der aufhört sich jetzt. Der kommt da nicht hoch. Oh, wow. Nein, bitte. Lass mich am Leben. Reicht doch schon eine Flammenfaust aus. Oder? Oh, 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 oh. Oh, shit. Nein. Ja, das hat ein Dev, der Seufter. Ja, okay. Jawohl. So. So, Pöppel. Ach, du hast ja noch 150er da oben. Wie schaffst du da oben. Wie viel seas. Aber du kriegst sie in der Lacken runter. Bananenbombe rein da oben. Komm, Pöppel. Du hast noch nen Fettback, kommt das einfach hoch. Oh nein! Scheiße! Verdient am Arsch! Hier guckt ihr an, Meisterledige Würmer. Ich. Meisterledige Wurmfreunde, ich. Gewinner, ich. Meister Gegnerschaden, ich. Zählt der Schaden an dir selbst auch, Meister? Die klappt das. Oh Mann, ich dachte das würde reichen. Ich wollte eigentlich mit dem Chatpack jetzt so rüberfliegen und dir dann halt eine Holi da reinschmeißen. Ja. Hat gut geklappt. Das hat gut geklappt, wie man gesehen hat, ja. Naja, auf jeden Fall. Dank fürs Reinschauen. Und haut rein. Tschüss.